Ich studiere in Heidelberg Medizin und habe euch an Halloween mal mitgenommen. Ich bin morgens schon relativ früh aufgestanden, habe mir dann meinen Mealprep vorbereitet, habe das noch mit Chunky Flavor gesüßt, ich habe so ein Quarkzeug mir gemacht. Dann gab es noch schnell Porridge, den ich mir gekocht habe. Gespült habe ich natürlich auch noch vorbildlich, bevor es dann losging zum Präppkurs. Ja, schnell noch meine sieben Sachen gepackt. Dann nach dem Präppkurs bin ich direkt in die Bib gegangen. Ich hatte natürlich meinen Promi wieder dabei, habe aber erstmal Terminologie gelernt. Dann gab es irgendwann eine Mittagspause, wo ich dann meinen Joghurt gegessen habe und mein Teechen getrunken habe. Ich friere so enorm hier, es ist unnormal. Dann ging es weiter mit Extremitäten. Ich habe noch ein paar Muskeln gelernt und irgendwann war ich einfach durch und bin dann wieder nach Hause gefahren. Dann hieß es Ready machen und zwar für Runletics, also so eine Läufergruppe. Das haben meine Freundin und ich an dem Abend ausprobiert, war sehr cool. Und danach haben wir uns noch schnell ready gemacht und sind Richtung Stadt gelaufen. Da waren wir dann...